Rund 29 Tüten pro Kopf Manchmal können 15 oder 20 Cent eine große Wirkung haben. Zum Beispiel bei Plastiktüten, die verwenden die Deutschen viel weniger, seit sie kaum mehr gratis zu haben sind. Kunden in deutschen Geschäften tragen ihre Einkäufe immer seltener in Plastiktüten nach Hause. 2017 verbrauchten die Deutschen rund 29 Tüten pro Kopf und ja, im Jahr zuvor waren es noch 45 pro Einwohner. Laut den Zahlen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung wurden 2017 in Deutschland 2,4 Milliarden Tüten im Umlauf gebracht, 1,3 Milliarden weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von mehr als einem Drittel. Dabei geht es um Tragetaschen, nicht die dünnen, transparenten Tüten etwa für Obst und Gemüse. Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigt sich zufrieden, Einwegplastiktüten haben sich als überflüssig erwiesen. Sie sind heute ein Auslaufmodell, auch weil es gute Alternativen gibt, sagt die SPD-Politikerin. Damit habe man eine Blaupause für andere unnötige Verpackungen und kurzlebige Kunststoffprodukte. Am Ende sollten nur noch Kunststoffe verwendet werden, die sich einfach recyceln lassen. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist der Verbrauch um 35% zurückgegangen, im Vergleich zu 2015 sogar um 56%. Zur Jahrtausendwende wurden in Deutschland noch 7 Milliarden Tüten pro Jahr verbraucht, fast dreimal so viele wie heute. Seit 2016 gibt es eine Selbstverpflichtung vieler Unternehmen, Plastiktüten nicht mehr umsonst abzugeben. Inzwischen sind rund 360 Unternehmen formell dabei, noch mehr machen informell mit und verlangen zum Beispiel 15 oder 20 Cent pro Tüte. Viele große Handelsketten haben die Plastiktüte mittlerweile völlig abgeschafft. Das schlägt sich positiv in der Statistik nieder, sagt der Präsident des Einzelhandelsverbands, Josef St. Johanser. Die dünnen Hemdchentüten, die es oft am Obst- und Gemüsestand gibt, sind von der Selbstverpflichtung nicht betroffen. Das Umweltministerium verweist darauf, dass für sie bereits Alternativen entwickelt würden, etwa Stoffnetze oder die Kennzeichnung der Produkte durch Laserverfahren. Die EU macht Vorgaben zum Plastiktütenverbrauch, die Deutschland locker einhält. In der Brüllerichtlinie geht es um sogenannte leichte Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke bis zu 50 Mikrometern. Davon dürfen bis Ende 2025 höchstens 40 Stück pro Einwohner und Jahr verbraucht werden. In dieser Tütenkategorie liegt Deutschland schon jetzt bei 25 Tüten pro Kopf und Jahr. Die gewaltigen Plastikmüllmengen und vor allem die Verschmutzung der Meere hat die Politik als schwerwiegendes Problem erkannt. Derzeit wird unter anderem in Brüssel über eine Plastiksteuer diskutiert. Schulze will keine pauschale Plastiksteuer, kann sich aber eine Extraabgabe etwa auf nicht recycelbare Verpackungen vorstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, ist von einer Plastiksteuer noch nicht überzeugt, wie sie diese Woche im Bundestag sagte. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen. Schon jetzt werden Sie vereinzelt wieder auf Kommentarbereiche stoßen. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie in unseren FAQ. Leider konnten wir alte Accounts und Kommentare nicht übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gerne auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team AFGK K EINUTE EINUTE